Was? Das kann doch nicht sein, hallo? Plöpp, plöpp. Was? Wird mich doch verarschen, oder? So, jetzt aber. Mein Gott. Boah, das war ja unglaublich. So. So. So, reif mir den Mönch mal an. Verabend. Ja, ja. Zwei, das kann ich wohl noch verkraften. So. Aber ich habe schon einen Plan, wie ich das hier gleich machen werde. Das werdet ihr dann gleich schon sehen hier. So, machen wir den S-Map platt. Och, bitte, ey, das gibt es doch nicht. Das ist doch unmöglich, hallo? Sorry, aber das regt mich ja echt auf, sowas. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass das hier 10.000 Mal hintereinander passiert, ist schon, äh, naja. So, hier nimm das. Stirb. Stirb dran. Ja, der ist jetzt eh gleich platt. Alles kein Problem. Oh, oh. Naja. So, dann machen wir das Teil jetzt mal fertig. Ich sag dazu nichts mehr. So, er jetzt aber wapp. Ja, ja, greift nur Bowie an den armen kleinen Helden hier. So, jaha. Macht den jetzt aber endlich platt hier. So, wunderbar. Und Level 20. Juhu. Genau das wollte ich ja erreichen. So. Ach, Gott. Ähm, was wollte ich denn jetzt hier? Mein Gott. So. So. So, dann kann Sarah auch nochmal hier angreifen. Ah, nicht schlecht. Und Level 19. Geil. Was hat sie jetzt gelernt? Jetzt hab ich so schnell weggedrückt. Schade. Scheibenkleister. Oh, oh. Das ist nicht gut. Oh, oh, oh. Oh. Nicht schlecht. Oh. Tja, da hat sie ihn wohl doch erwischt. Schade. Naja. Oh, okay. Dann hat Sarah jetzt aber auch erledigt, würde ich sagen. Schade. Schade, 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 schade. Ich hätte gehofft, dass ich die vielleicht auch nochmal aufleveln kann, aber naja gut. Dann nicht. Ja, ja. So, dann kann Peter den jetzt nochmal platt machen hier. Oh. Das, das gibt es nicht. Das ist unfassbar. Naja, aber jetzt kann ich hier meinen Plan ausführen und verduften. So, gut. Dann können wir nämlich jetzt erstmal unsere Leute hier heilen. Äh, beziehungsweise wiederbeleben erstmal. Aber ich muss schon sagen, hat gut funktioniert mit meinem Plan. Ich wollte Jahan nämlich auf jeden Fall aufleveln und Sarah ist jetzt auch viel stärker. oder, äh, schon viel weiter in ihrem Level. Das ist auch gut. Ja, hat sich ja gelohnt, dass wir da nochmal angegriffen worden sind. Ach, Slade kannst du gleich, äh, liegen lassen. Der braucht nicht mehr wiederbelebt werden. Haha. Ja, mach doch einfach alle in einem Rutsch durch hier. Mein Gott. Es dauert. Na, ich hab ja echt die ganze Truppe fast verloren. Nicht schlecht. Oh, das war's. Mein Gott, das ging ja schnell. So, jetzt aber Promo. Alter, ich will Promo. So. Promo, Promo. Achso, jetzt weiß ich das gar nicht. Äh, äh, warte mal. Bom, 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 bom. Ja, ja. So, mit dem... Äh, was ist das? Mit dem Teil für Jahan. So, wer hätte das denn jetzt nochmal? Genau. Zu Jahan, so. So, muss das denn jetzt benutzen irgendwie? Vor dem Level? Okay, dann wohl nicht. Oder können wir das Equipment? Nein. Gut, dann muss er vielleicht erstmal aufsteigen. Machen wir das jetzt mal? Düdel dü. So. Jaha. To Brrn. Ja, ich möchte ein Brrn haben. Okay. Okay. So, jetzt mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Nein, nein, nein. Bla, bla, bla. So. Hatte ich ihm das denn jetzt nicht gegeben? Ach, das ist dann automatisch, wenn er es trägt. Ah. Okay. Okay. Ja, das ist gut zu wissen. Gut. Wo ist denn hier jetzt eigentlich der Dings? Ach, den können wir gar nicht... Unser neuer Freund hier ist gar nicht da drin. Okay. Naja, gut. Gut, dann können wir die anderen jetzt auch, äh... promoten. So. Wen hatten wir denn noch? Ah ja, Kiwi, genau. Ein Monster. Oh, oh. Unsere Schildkröte ist im Monster mutiert. Hilfe. Hilfe. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.